Herzlich willkommen hier zum Video. Mein Name ist Alex und ich habe den Marvin hier mit dabei. Und wir als A&M haben eine Mission, die wir verfolgen. Also kurz gesagt, es ist die Mission, damit sich Handwerk wieder lohnt. Dafür machen wir das Ganze. Und wir haben uns tatsächlich vor einigen Jahren, als wir mit dem ganzen Thema Marketing angefangen haben, ging es ja erstmal nur darum, irgendwie was zu schaffen, womit wir Geld verdienen können, womit wir selber halt leben können. Und dann irgendwann haben wir aber gemerkt, wir haben jetzt die Fähigkeiten an der Hand. Was machen wir jetzt eigentlich damit? Und das war, bevor wir uns auf die Handwerksbranche spezialisiert hatten. Und wir haben uns dann halt gefragt, okay, was in den Branchen, wo es Spaß hat, mit den Leuten zu arbeiten, die auch irgendwie wichtig sind. Weil ich finde es immer super cool, auch für uns natürlich für die Mitarbeitergewinnung, wenn Leute sagen können, hey, ich arbeite an etwas, das wirklich wichtig ist für die Gesellschaft. Das gibt viel mehr gutes Eigengefühl, als wo man jetzt irgendwas Stumpes macht, was eigentlich gar keine Relevanz hat. Und wo man auch wirklich Leuten hilft, die man auch mag. Und so sind wir halt auf diesen Gedanken gekommen, dass eigentlich die Leute, die hier jeden Tag sich den Arsch aufreißen, die jeden Tag halt Vollgas geben, eigentlich die sind in der Gesellschaft am wenigsten gewertschätzt werden, nämlich die Handwerker. Und das geht halt damit los, dass man sagt, studier lieber, als ins Handwerk zu gehen. Das heißt, wir gehen ja nur die dummen Leute. Das geht damit weiter, dass ein Studierter aktuell noch mehr Geld bekommt als ein Handwerker. Das ist aber gerade bei sich zu ändern. Und wir haben uns überlegt, ja, wie können wir das einfach, wie können wir das ändern? Weil das müssen wir ändern. Ja, wenn man sich auch mal die Frage stellt, also unsere Mission ist, damit sich Handwerk wieder lohnt. Und letztendlich hat das ja auch verschiedene Ebenen. Wir wollen, dass sich das Handwerk wieder lohnt für die Mitarbeitenden dort in den Firmen. Wir wollen, dass sich das wieder lohnt für junge Leute, die reingehen in den Beruf. Wir wollen auch, dass sich das wieder lohnt für die Inhaber dieser Betriebe. Und wir wollen auch, dass sich das Ganze für die Gesellschaft lohnt, damit auch die Gesellschaft was davon hat. Das heißt, auf all diesen Ebenen wollen wir, dass sich Handwerk wieder lohnt. Und das Ganze ist eben wichtig, weil wir merken, okay, viele gehen immer mehr in Richtung Industrie. Ja, die Leute verdienen vielleicht in der Industrie auch besser. Und wir wollen halt, dass es sich im Handwerk einfach wieder lohnt, dort zu arbeiten. Dass es sich lohnt, dort einen Betrieb aufzumachen. Dass es sich lohnt, als Azubi eben, beziehungsweise oder als junger Mensch, nicht das Abitur zu machen, sondern dass es sich eben lohnt, ins Handwerk zu gehen. Und dass es sich auch lohnt, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter in einem Handwerksbetrieb zu bleiben und nicht in die Industrie abzuwandern. Und das ist halt wichtig, weil es ist einfach so, dieser Standard, den wir hier in Deutschland leben, ja, ich weiß nicht, ob du schon mal im Ausland warst, auf Reisen warst, wenn du dir mal andere Länder anguckst, wie es da aussieht und was dort der Standard ist, ja, das heißt sanitäre Anlagen, öffentlicher Raum und so weiter, Häuser, dann ist es einfach ein ganz, ganz anderer Standard. Und den Standard sind wir gewohnt und den Standard, ich zumindest, kann ich für mich sprechen, ich mag diesen Standard. Und ich möchte auch, dass dieser Standard irgendwie aufrechterhalten wird und das auch etwas ist, worauf wir in Deutschland auch stolz sein können, das weiter voranzutreiben und das auch beizubehalten für uns. Ja. Und ja, das ist eben unser Anliegen. Also, was Marvin halt meint mit anderen Standards, dort ist es halt deutlich schlechter. Ja, klar. Also, bei uns ist halt der Standard viel, viel höher. Und wir nehmen es aber einfach als selbstverständlich hin und sagen, ja, dort, ja, voll die Scheiße. Ja, gut, aber ich sage mal ganz ehrlich, wir können nicht auf der einen Seite sagen, okay, wir finden die Produkte egal, wir finden das cool, nur die Person, die es macht, die wird nicht gewertschätzt. Das ist halt einfach nicht cool von der Gesellschaft. Und auch, dass das jetzt so eingetrichtert wurde, das Ganze ist ja damit losgegangen mit einer PISA-Studie vor vielen Jahren, wo rauskam, okay, die Deutschen sind da in einem unteren Feld und dann hat die Regierung beschlossen, okay, wir werden jetzt mal richtig stark promoten, dass alle studieren müssen, alle Abitur machen müssen. Und ja, da ist das Handwerk dann halt ins Hintertreffen geraten, obwohl letztendlich das Handwerk mehr Mehrwert liefert, einfach deutlich mehr Mehrwert. Und es geht für uns jetzt persönlich damit los, dass wir es schaffen, dass die Handwerker sich auch mal wieder verkaufen können, so richtig. Das machen wir natürlich viele Leute in Form von Werbung, dass wir halt nach außen zeigen, hey, dieses Handwerkserzeugnis, das ist einfach cool, da sollst du auch bereit sein, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Das heißt, der Handwerker hat dann plötzlich vielleicht 20 Prozent mehr Geld in der Tasche. Die kann er wieder besser auf seine Mitarbeiter verteilen, die verdienen mehr Geld, er hat bessere Werkzeuge, bessere Methoden der Abarbeitung, also bessere Maschinen, bessere Fahrzeuge. Das geht dann damit weiter, dass wir sagen, okay, er kann auch wieder da mehr in Werbung stecken, um seinen Betrieb attraktiver zu machen. Und plötzlich ist es dann so, dass man sagt, ja, ich arbeite hier bei Zimmerer Müller. Ah ja, Zimmerer Müller, die sind nicht in der Werbung, das ist ja ein richtig guter Arbeitsplatz. So muss es halt sein, eigentlich. Und ich, Zimmerer Müller, das ist ja kein Abi geschafft oder was. Das darf halt nicht sein und das ist auch unangemessen an der Stelle, weil der Zimmerer, jetzt mal als Beispiel, wenn wir schon dabei bleiben wollen, der wird in Zukunft einfach mehr verdienen als ein Anwalt. Faktisch. Der wird am Ende einfach seine vier, viereinhalb oder so haben. Und der Anwalt, der wird auch irgendwo ein bisschen drunter einsteigen wahrscheinlich. Aber der muss da auch für sieben, acht Jahre studieren, bis er hinkommt. Ja, und das Ganze muss man sich wie so ein Kreislauf vorstellen. Wir haben auch mal Umfragen uns angeschaut und auch selber in unseren Partnerbetrieben rumgefragt, rumgefragt in der Belegschaft und so weiter. Und wenn man dort einfach fragt, was glaubst du denn, was würde denn helfen, damit das Handwerk auch wieder attraktiv wird, damit die Leute auch wieder kommen. Und mit sehr, sehr hohem Abstand ist das Thema Bezahlung natürlich ein Thema. Und wie sind die Handwerksbetriebe in der Lage, mehr zu bezahlen? Naja, indem sie viele lukrative Aufträge haben, die sich auch für den Handwerksbetrieb lohnen. Und wie bekommen sie diese Aufträge, indem dieser Betrieb eben als Topbetrieb wahrgenommen wird, der auch gute Preise durchsetzen kann und auch, dass in der Bevölkerung sozusagen anerkannt ist, dass eben eine gute Handwerksdienstleistung auch ihren Preis hat und das auch gerne bezahlt wird. So, damit haben wir den einen Punkt, nämlich lukrative Aufträge, schon mal geklärt. Mit den lukrativen Aufträgen kann ich jetzt, bin ich jetzt als Handwerksbetriebsinhaber in der Lage, meinen Mitarbeitern auch wieder höhere Gehälter zu zahlen. Ja, dadurch mache ich den Betrieb wieder attraktiver. Und dadurch, dass ich eben attraktiver bin und dadurch kann ich auch die Leute binden. Ja, das heißt, die Leute bleiben dann auch bei mir und wandern dann eben nicht ab in die Industrie oder kommen vielleicht sogar von der Industrie wieder zurück. Und auch junge Leute, für die ist es interessant, aufgrund der Bezahlung eben in das Handwerk zu gehen, statt in die Industrie. Und wenn ich das schaffe, zusammen kombiniert noch mit einem attraktiven Arbeitgeber, Marketing, ja, so dass Leute dann auch gerne bei mir arbeiten und ich nicht nur gut bezahle, dann natürlich auch einer guten Führung, dass ich als Inhaber und als Führungskraft natürlich auch einen geilen Job mache und die Leute auch motivieren kann und auch einen guten Arbeitsplatz liefere. Und ja, dann eben durch das Einführen von Strukturen, dass es eben auch Spaß macht, in dem Betrieb zu arbeiten, dass ich eben klare Vorgaben habe und das alles auch strukturiert abläuft und so weiter. Das ist eben so dieser Kreis, der sich dann schließt und da haben wir unserer Meinung nach auch als A&M so unsere Mission gefunden, dass wir eben sagen, wir helfen durch lukrative Aufträge, dadurch, dass eben mehr Mitarbeiter kommen und wir die auch gut bezahlen können oder die Betriebe und wir die als attraktive Arbeitgeber darstellen können. So, und wie machen wir das? Das machen wir letztendlich dadurch, dass wir die Leute, die Betriebe gut positionieren im Internet und auch überall sonst, das heißt, als gute Produkte, ja, dass sie gute Produkte herstellen, dass sie einen geilen Service haben, dass sie eben ein guter Arbeitgeber sind. Durch diese Social-Media-Kampagnen und diese Online-Kampagnen schaffen wir es dann eben, diesen Effekt in die Betriebe reinzubekommen. Das ist so dieser Kreislauf und ja, dass es kurz und knapp unsere Mission erklärt. Ja, und es geht halt bei jedem Handwerksbetrieb selber los und deswegen haben wir zum Beispiel auch den YouTube-Kanal, wo sich jeder Handwerker halt selber wirklich Wissen holen kann um seine Sachen. Wenn er jetzt sagt, er will nicht mit einer Agentur wie uns zusammenarbeiten, warum auch immer, dann kann er sich die Sachen auch selber damit zusammen suchen im Endeffekt. Und wenn du jetzt sagst, okay, du findest das cool, du willst auch, dass ein Handwerk sich in Zukunft wieder lohnt für deine Leute, für deinen Betrieb, dann schau einfach mal, wir haben jetzt hier direkt am Ende mal ein Video hinterlegt, wo wir sagen, okay, wie sieht eigentlich gute Social-Media-Werbung für Handwerksbetriebe aus? Wie funktioniert die eigentlich? Weil damit geht es immer los. Es geht immer damit los, dass die Außenwahrnehmung steigt, damit der innere Wert auch weiter steigen kann. Und ja, dann würde ich sagen, schau dir das an, viel Erfolg und lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass das Handwerk sich wieder lohnt. Lass deswegen ein Abo da, damit wir mehr Leute erreichen können. Lass deswegen einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.